Alle, 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 alle. Servus zu einer neuen regulären Folge von 1889 FM, dem SSV Jan Fan Podcast. Ein bisschen verspätet, normalerweise wäre es eben letzte Woche gewesen, aber da hat sich Joe N.O.X. dazwischen gedrängelt. deswegen jetzt eine Woche später mit vier Spielen im Rückschau bei mir ist der Flo, danke Flo, dass du Zeit hast Servus Ja, also wir werden mal die letzten vier Spiele, man könnte Sand im Trickgetriebe sagen, würde ich jetzt mal so als Schlagwort geben Allerdings wir haben gegen Essen und gegen Seinhausen verloren sind jetzt auch keine No-Names in der Liga für mich mit zwei der stärksten Teams in der dritten Liga, gerade jetzt auch in der Saisonphase, kommen richtig stark und deswegen ja, natürlich herbe Niederlagen irgendwo auch, gerade im Verlauf gegen Seinhausen aber irgendwo auch einkalkuliert, jetzt wenn du mir gesagt hättest vor der Saison wenn ich jetzt zu dem Zeitpunkt der Saison vier Niederlagen vom Jan hätte dann hätte ich das mir erst unterschrieben, insofern Das ist ja auch das ungefähre Fazit von Joe Enochs gewesen Im Gesamten, in der Rückschau irgendwo im Soll, ja, mehr als im Soll aber ja, natürlich jetzt in der Phase mit der Superhinrunde so ein bisschen kleine Delle sag ich mal ich hab nach Sandhausen ich war ja vor Ort die Krise ausgerufen so im Affekt nach dem Spiel ich weiß es nicht so wie ich damals nach dem Karlsruhe-Spiel so nennen kann, allerdings eine Leistungsdelle nennen wir es vielleicht mal einfach so Also ich war auch sehr panisch nach dem Spiel gegen Sandhausen weil die Abwehr ja vogelwild war und gegen Rot-Weiß Essen hat schon so ein bisschen ausgesehen, als würden wir dieses Prunkstück verlieren ich hab aber dann das Spiel gegen Aue kommentiert und fand unsere Innenverteidigung wieder Bock stark vor dem Spiel hatte ich wirklich Bedenken weil auch noch Ziegele ausgefallen ist und ich hab schon wollte eigentlich ein bisschen mehr Influenzen beim Joe-Interview dass er noch mehr Ziegele aufstellt weil ich sehr viel von ihm halte aber naja Ballas und Bräunig haben bewiesen dass sie wieder ja auf Vorkriegsniveau sind sag ich mal so ich weiß nicht wie ich es genau bin ich auch ein mega Ziegele-Fan und finde es so schade dass der fast nicht drankommt aber wenn es die Jungs machen wie gegen Aue und wie auch gegen Duisburg und viele viele Spiele davor dann kann man ihnen auch nichts vorwerfen oder kann man Joe Enoch nichts vorwerfen also und ich finde das 0 zu 0 es liest sich zwar so mager und war auch im Verlauf recht recht zäh aber es war so wichtig einfach wieder zu 0 zu spielen und da stimme ich dir zu ja Ballas auch gegen Duisburg weil du so weit eben zurückgegangen bist fand ich auch ich habe unter seinem Instagram-Account gepostet du hast Bierkästen rausgeköpft das war ja damals hat das glaube ich Heiko Herrlich zu wie hieß der E-Sportler Sven Kopp gesagt und das finde ich so herrlich und ich fand auch der gegen Duisburg hat Ballas sehr sehr viel die Kopfball-Duelle gewonnen sehr stark gewesen und gegen Aue Bräunig eine Grätsche nach der anderen teilweise auch brutal gefährlich kurz vorm Einschuss noch das Ding entschärft mit einer Grätsche also das sind wieder die alten Tugenden die uns hoffentlich dann eben ein bisschen weiter nach vorne gesprungen gegen Mannheim helfen könnten ich habe jetzt ein bisschen die Punkte analysiert in Anführungsstrichen also ein bisschen Dreisatz gemacht die Rückrundentabelle sind wir nur auf Platz 9 und da ist der Sieg gegen Hachen noch drin das muss man ja noch beachten da war man ja noch im Flow sage ich jetzt mal so ein bisschen jetzt habe ich und dann habe ich es im Jahr also für 2024 ausgerechnet nur 8 Punkte im neuen Jahr Schnitt 1,0 Punkte damit steigst du ab so blöd wie es klingt also in dem schlechten Jahr gerade im Moment sind die Absteiger ja trotzdem weiter abgeschlagen aber ein Punkt im Schnitt ist nicht gut Ulm hat 15 Punkte geholt in den 8 Spielen das ist ein Schnitt von 1,875 Dresden auch ein bisschen besser als wir die sind zwar in der Rückrundentabelle auf Platz 10 hinter uns aber halt vermutlich wieder dem 1 Spiel vom Winter hat 10 Punkte im neuen Jahr geholt 1,25 also wenn das so bleibt überholen die und schleichen da hilft uns der ganze Vorsprung nichts und dann landen wir am Ende doch wieder auf Platz 4 der undankbarste Platz von allen dann so ein bisschen obwohl er natürlich wenigstens den DFB-Pod Kahl bringt was noch ganz gut ist ist eben dass Dortmund 2 sich dazwischen geschoben hat weil die dürfen ja eben nicht Relegation oder DFB-Pokal mitspielen deswegen haben wir noch 10 Punkte auf Münster zumindest die haben ungefähr gleich viele Tore wie wir ich glaube ein Tor mehr ja wir sollten langsam wieder in den Flow kommen das will ich damit sagen ja ist richtig wenn man sich die Tabelle anschaut ist es natürlich schon ein bisschen beunruhigend der Vorsprung der Schmilz der war so beruhigend zum Jahreswechsel allerdings ist doch auch klar dass in dieser dritten Liga mit 38 Spieltagen es mega schwierig ist seine Konstanz auch zu halten und es ist auch mega schwierig da irgendwo nur durchzupunkten konstant also was halt vor allem zur Buche steht schlägt die letzten seit dem neuen Jahr dass wir halt dreimal verloren haben das hatten wir halt in der Hinrunde kaum nur einmal und deswegen ist das gleich wieder so ein krasser Schnitt zu Ulm die gerade einen Lauf haben also da ist noch viel viel im Flow also die nächsten Spiele im März vor allem die entscheiden halt dann einfach auch wie du dann aus dieser Phase rausgehst ob du die im Nachhinein dann als ja kurzes Zwischen tief wahrnimmst oder ob es ob so ein Trend ist also ich würde da jetzt nicht viel ableiten aber natürlich klar also der Vorsprung auf Ulm ist glaube ich jetzt fünf Punkte wenn mich mich alles täuscht und keiner will in die Relegation also das Nervenkostüm wird das nicht hergeben von vielen und von den Spielern die wollen das bestimmt auch nicht also nur im äußeren Notfall also das nehmen wir lieber als Rang 4 wohl schon geil wäre in Schalke aufzusteigen oder? ich glaube Schalke steckt ab aber das ist ein anderes Feld jetzt sage ich aber wir steigen ja dann in Schalke vielleicht auf ja ich weiß gar nicht wie die Reihenfolge ist wer zuerst Heimrecht hat das ist eine gute Frage das weiß ich jetzt auch nicht aber nee Relegation sind nochmal zwei Zitterspiele das will keiner aber gut wir reden jetzt auch schon wieder von Endtabelle also das soll das Team also ich bin da wirklich so dass ich sage beim Trainerteam oder bei den Spielern selber die das einmal betonen und hoffentlich auch daran glauben dass man halt erstmal jedes Spiel neu angehen muss und in dieser Liga hat doch eh jeder schon wieder bewiesen dass jeder jeden schlagen kann na gut es gibt schon ein paar Teams die ein bisschen weiter unten rumkrebsen was mir noch aufgefallen ist wir haben halt gegen sehr gute Teams bisher gespielt also Dortmund ist halt ein brutal starkes Team für mich Essen habe ich jetzt schon hochgeredet Sandhausen auch das sind schon starke Teams das ist die Top 6 sind das drei Teams der Top 6 der Liga würde ich jetzt mal sagen ich habe geschrieben also in der im neuen Jahr haben wir alle Spiele gegen die Top 8 der Rückrundentabelle gespielt außer Duisburg Duisburg ist irgendwie Platz 12 aber auch nicht so schlecht wie in der Hinrunde und jetzt kommen halt erst die Teams die weiter hinten stehen die wo es sicherlich auch nicht einfach wird aber wo man halt vielleicht doch den ein oder anderen Unterschied merken kann so jetzt gegen St.Hausen oder gegen Essen das hat man sich schon sehr schwer getan das hat man auch gemerkt ja also jetzt kann man ich will es nicht zu weit vorausnehmen weil ich habe da noch ein schönes Zitat vom Fabs genau schauen wir mal woran es gerade liegt ob es jetzt nur die Gegner sind oder ob es auch vielleicht die Spieler sind naheliegend ist natürlich ein bisschen die Torwart-Diskussion Weidinger würde ich jetzt mal sagen ein bisschen Licht und Schatten sehr oft zu Null gespielt dreimal glaube ich allerdings natürlich auch neun Gegentore in zwei Spielen wovon er zumindest bei einem sehr sehr viele Aktien hatte wie bewertest du jetzt den ja den Rückhalt den er hat weil viele sagen ja auch ja der ist auf der Linie stark aber man merkt schon auch die ja die Abstimmung mit der Abwehr und so da hapert es alles noch und spielerisch sowieso das haben wir wahrscheinlich alle gesehen dass die Abstimmung hapert das wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen weil der trainiert doch auch schon die ganze Saison mit den Jungs aber immer nur mit der B-Elf wahrscheinlich ja vielleicht aber das würde mich eher wundern die Begründung ja auffällig ist es schon dass der Seite drin steht dass wir drei Spiele verloren haben ich kann natürlich nicht also wir können das natürlich nicht seriös an der mit einer Person festmachen aber auch gegen Aue hat der ein paar Wackler drin er ist in gewisser Weise nicht ganz so sicher wie jetzt Felix Gebhardt über weite Strecken war insofern kann man ihn jetzt nicht freisprechen aber man kann ihn natürlich auch nicht alles auf ihn alleine schieben also der Defensivverbund hat auch eindeutig versagt gerade jetzt bei unserem Hausenspiel wenn wir da reden da kommen eigentlich alle Angriffe über links also unsere linke Seite eher deren rechte Seite da kommen die zwei Flanken die zum 1-3 zum 2-3 führen da kommt auch die Vorlage zum 3-3 also da kann man auch die Jungs nicht freisprechen die da eine Reihe vor Alex Weidinger sind und eigentlich auch die Jungs die noch weiter vorne sind die mit verteidigen müssen also im Verbund haben wir haben wir eingebüßt und jeder freut sich wenn Felix Gebhardt wieder fit ist fit sein sollte wir hoffen es alle und ja die Weidinger Diskussion würde ich jetzt mal so weil ich weiß nicht für mich beantworten dass es halt einfach die Nummer 2 ist und das merkt man halt irgendwo auch merkt man einfach sagen wir mal an der Leistung es ist ja nichts Schlechtes wenn er die Nummer 2 ist aber es gibt da einfach bei uns glaube ich die klare Rangordnung das merkt man schon an den Leistungen und deswegen ja schauen wir dass da Felix Gebhardt wieder fit wird kurze Werbeunterbrechung für ein fettes Merci an unseren Kooperationspartner dem Rebest Fitness Club in Regensburg alle die den Podcast neu hören kennen es vielleicht noch nicht alle die den Podcast hören wissen das Angebot wenn ihr euch im Rebest Fitness Club anmeldet und das Codewort 1889 FM oder ja ein Podcast erwähnt dann bekommt ihr beim Abschluss einen vergünstigteren Tarif ein Jahrntrikot mit Wunschvlog oder zwei Sitzplatztickets für ein Heimspiel alle Infos dazu in den Shownotes einfach per WhatsApp Kontaktformular oder Telefon euch beim Rebest Fitness Club melden ihr könnt auch mal ein Probetraining machen ihr müsst nicht sofort einen Vertrag unterschreiben sondern einfach mal ein Probetraining machen es gibt da auch die Möglichkeit Streifentickets zu kaufen dann trainiert halt erst zehnmal bevor ihr quasi euch überlegt ein Abbo zu machen also viele Wege führen zum Rebest Fitness Club und jetzt geht es weiter in der Folge was mir nur aufgefallen ist was ich im Aftermatch Talk nicht erwähnt habe dass schon ein zweimal mir explizit aufgefallen ist dass Spieler sich nicht getraut haben den Ball zurückzuspielen Ballers hat einmal sich halb selbst ausgeschwanzt nur um den Rückpass zu vermeiden um dann aber in der zweiten Halbzeit so einen absolut ich glaube war es in der zweiten oder ersten Halbzeit aber er hat einmal so einen umfassbar schlechten Rückpass harten Rückpass gemacht wo dann Weidinger das Ding in die ja auf die Seite gespielt hat wo halt drei zu eins Überzahl für Aue herrschte sowas musste ich als mein Anfänger in der Torwart auch bitter lernen so blöd wie es klingt auf meinem Niveau aber ja du musst halt schon immer vorher glaube ich wissen wo du den Ball hindrischst sollte er zurückkommen und ich glaube das kann man auch noch relativ schnell und im hohen Alter noch lernen und man muss ihm natürlich auch zugute halten in dieser dritten Liga gab es schon so viele Torwartfehler es hätte auch Leute gegeben die vielleicht den Ball durchrutschen hätten lassen auf diesem Geläuf weil unser Rasen ich habe es im Turm vom Kommentar süffisant gesagt hey das war mal der Rasen des Jahres 2014 oder sowas glaube ich oder 2017 ich weiß es nicht mehr ganz genau aber er wurde mal zum Rasen des Jahres gewählt davon sieht man nicht mehr so viel war etwa wieder Konzert im Jahnstadion also ja die Stadt genau um die Anwohner zu ärgern das mit den Rückpesten ist aber auch erst seit Seinhausen so also das war ja vorher nie ein Problem das war halt jetzt diese eine Szene gegen Seinhausen wo er wirklich unbedrängt den Ball dann dem Gegenspieler den Fuß spielt und dann war war natürlich glaube ich auch die Hintermannschaft schon nervös gegen Aue dass das nicht nochmal passierte davor war jetzt das eigentlich nie ein Thema insofern will ich jetzt das hoffentlich wieder beerdigen das ist halt mal passiert jetzt und ja die anderen Faktoren die kann man schon analysieren bei Alex Weidinger dass er natürlich jetzt nicht der fußballerisch stärkste vielleicht ist aber auf der Linie ist er halt sehr stark das hatten wir auch gegen Aue nochmal gesehen also wir wollen jetzt nicht alle schlecht reden sondern da hat er einfach seine tollen Reaktionen die bringen da auch und Schwächen die es dann gibt vielleicht kann man ja eben wie du schon sagst trainieren jetzt in der Saison natürlich unter der Saison schwierig aber man kann dann einfach auch die Grobmotorik auspacken und den auf die Tribüne dreschen wenn es eng hergeht ja das Wichtigste ist im Kopf auch da zu sein und wahnsinnig gegen Aue nicht immer in jeder Situation und ich hoffe dass das Endergebnis dass die Jungs ein bisschen stabilisiert hat und dass das Thema auch damit gegessen ist ja ich mach ich mach es noch nicht zu Flo gut gut ich hab irgendwo gelesen ich weiß nicht ob es in dem Forum war oder im Discord dass der Kobel Meiervergleich bei Dortmund quasi ich weiß nicht wer es analysiert hat ob es sogar der Terzic selber gemacht hat was der Unterschied zwischen den beiden Torhütern ist und dann hat derjenige der es analysiert hat gesagt ja der Unterschied ist unter Kobel können wir 10 Meter höher verteidigen als unter Meier weil unter Meier ziehen wir die Leute quasi 10 Meter weiter zurück weil wir bei Kobel der Mitspielerin der Torhüter ist im Gegensatz zu Meier obwohl für uns Meier ja immer noch mitspielender war als vielleicht sogar Gepard aber das ist vielleicht auch so ein Unterschied warum dann solche Spiele wie Essen oder Sandhausen in die Hose gehen weil wir da ja auch brutal offen waren ich will es jetzt nicht nur an Weidinger feststellen aber das habe ich beim Scho ja nicht rausbekommen da hat er sich ja natürlich vor die Mannschaft gestellt aber meine Theorie war ja wir waren zu offensiv gegen Essen und Sandhausen weil wir gedacht haben da können wir vielleicht mehr Nadelstiche mehr Konter setzen weil das ja eine mitspielende Mannschaft ist und dann sind wir halt in jeden Konter reingelaufen in den man reinlaufen hat können also warum haben wir da den Bus nicht geparkt habe ich dann auch gefragt aber er hat es natürlich nicht er hat sich nicht reinloggen lassen in meine Falle aber du hast es ja kommentiert gegen Sandhausen ich gegen Essen glaube ich nee in Essen war ich zumindest bei den Turmpfunkern gehockt und bei Essen ist mir schon aufgefallen dass wir viel zu hoch standen und wenn du dann den letzten Zweikampf nicht gewinnst steht da halt Bulanaka vor deinem Tor wie war es in Sandhausen standen wir nicht zu hoch meiner Meinung nach sondern wir haben seine Konsequenzen vermissen lassen in den Zweikämpfen nach dem 3-0 dass wir ja eigentlich durch drei Chancen drei Standards daraus gespielt haben haben wir gedacht das läuft jetzt schon für uns und gingen dann nicht ernergisch genug in die Zweikämpfe wir haben zu große Lücken gelassen und auf einmal stand es 2-3 ja und das dann haben die Jungs auch dann gesagt nach dem Spiel oder Joe hat das ja auch gesagt dass man dann psychologisch eigentlich ein Nachteil ist und genau so war es dann auch dann hat sein Hausen meines 18 das Spiel gemacht und hat dann mehr oder weniger aufs 3-3 gedrängt mit all ihrer mit ihrem Können also das ist schon haben sie schon gut zusammengespielt also viel besser als in der Hinrunde auch mit komplett anderer Mannschaft gefühlt weil die haben ja alles nachgekauft in der Winterpause und dann geht es aufs 3-3 und dann bist du einfach komplett im Hintertreffen also es war eine Mischung aus oder es war eigentlich schon ein Kopfspiel doch es war eigentlich ein Kopfspiel und das auch das 4-3 war eine Kopfsache weil diesen Fehler machst du nicht unbedingt wenn es 3-0 für dich steht sondern den machst du glaube ich wenn es 3-3 steht und du denkst scheiße wenn ich den nächsten Fehler mache steht es 4-3 und dann machst du den genauso und also da war es glaube ich nicht so sehr so diese Systematik oder die Taktik im Team also wir standen da für mich nicht zu hoch sondern einfach ja zu weit auseinander es hat auch nicht wirklich viel hingehauen viel viel Gnamel viel Zweikampfverluste also da hat das eher nicht gestimmt meines Erachtens um das Weidinger Thema jetzt abzuschließen ich habe heute extra nochmal nachgefragt ob es Neuigkeiten bei Gebhardt gibt zuletzt die letzte Wasserstandsmeldung war ja von der Mittelbayerischen Zeitung die geschrieben haben Mannheim ist möglich aber unwahrscheinlich Ingolstadt wahrscheinlich der Einsatz und da hat sich jetzt nicht großartig was geändert habe bloß vom Hannes gehört dass er heute auch beim Training war und es ganz gut ausgesehen hat mit Gebhardt der fühlt sich relativ sicher aber jetzt muss man halt noch schauen wie reagiert das Knie auf diese Belastung und wir kennen ja alle die Einstellung vom Jan wir werden die Spieler nicht fit spritzen sondern der wird auch auskuriert egal was es kostet also bin ich mir auch nicht hundertprozentig sicher ob er dann gegen Ingolstadt schon im Tor steht ich denke das kann man dann nächste Woche bei der Pressekonferenz weiß man mehr da hat er auch schon einige Training hinter sich aber für Mannheim rechne ich jetzt persönlich nicht mit ihm vielleicht kommt mal die Überraschung aber die habe ich beim Jahr noch nie erlebt der wird sicherlich nicht in Mannheim spielen also das würde mich schon sehr wundern man lässt es auch bewusst offen glaube ich weil man nicht den Gegner sofort jetzt auf die Fährte locken will oder beziehungsweise will den Gegner sozusagen auf die falsche Fährte locken also ich glaube dass man sowohl jetzt also vor Ingolstadt hören wird wir schauen mal wir wissen es nicht oder ja was glaubst du ich ich befürchte dass Ingolstadt sogar noch zu früh ist na gut dann sage ich gegen Ingolstadt spielt er ok also dass das dann im MZ-Bericht durchaus was dran ist ich kann es überhaupt nicht einschätzen ich hätte ja ehrlich gesagt gedacht also als ich die Verletzung gehört habe so Mitte Januar war das ja glaube ich dass der jetzt erst im April wieder kommt also das hätte ich echt gedacht so Meniskus ist jetzt nicht so eine Pipifax Verletzung sondern da kann schon was auch tief kaputt gegangen sein also insofern dachte ich dass er im April erst kommt also wäre super wenn er gegen Ingolstadt wieder kommt aber wir werden sehen Doppelfrage jetzt gut aufpassen glaubst du dass sich Geibler und Fied mit abzeichen der Gelbkarte geholt haben um gegen Ingolstadt wieder dabei zu sein und durch die zwei Ausfälle und Umstellungen ist jetzt die Stunde der jungen Willen geschlagen äh nein und nein äh nein zur ersten Frage weil ähm also wer sich Gelb wegen Ball wegschlagen holt äh im Team äh also wenn sich ein Team wegen sowas Gelb abholt dann glaube ich nicht dass die Jungs sogar wissen wie viel gerade sie haben äh wie viel Gelbe und ich glaube auch dass da auch keiner drauf schaut also da gehe ich wirklich echt so also ich denke mir die Spieler wissen es wirklich nicht genau wie viel sie haben gerade und das war echt Zufall jetzt also zwei wichtige Stammspieler fehlen ähm äh bei der zweiten Frage nein weil die Stunde hat schon längst geschlagen nämlich äh Jonas Bauer allerspätestens da sollte man es doch gemerkt haben dass jetzt die jungen Wilden in die Bresche springen müssen gerade wo sich Erik Tallig verletzt hat äh gut Erik Hottmann wurde ersetzt durch Mustafa aber gerade auf den Außenbahnen dadurch dass der Noel Eichinger verliehen wurde haben wir einfach äh nur Oskar Schönfelder ist ja auch verletzt gewesen haben wir einen Engpass und da war es irgendwo auch noch klar dass dann einer der Jungen spielen wird ähm Jonas Bauer hat es anscheinend gerade das Rennen gemacht er hat es meiner Meinung nach auch sehr gut gemacht gegen Aue jetzt weniger in Offensive sondern mehr im defensiven Pressing Verhalten da ist er einer der Dauerläufer und Joe Eners würde ihn nicht spielen lassen wenn er diese Rolle nicht erfüllen könnte 90 Minuten hat er durchgespielt und hat es ja gut gemacht also die Stunde hat schon längst geschlagen wenn du so willst ja gute Antwort gute Antwort ähm bist du nicht über mein Stöckchen oder irgendwas gesprungen ähm aber wir haben ja noch mehr also viele wundern sich warum Graf nicht spielt ich habe da noch ein bisschen nachgeschaut äh Max Meier gibt es ja auch noch der ist mir auch eigentlich ähm nicht mehr aufgefallen aber ich erinnere mich dunkel an die Pressemeldung dass er jetzt einen Profi-Vertrag hat er ist natürlich auch jetzt 17 Jahre alt wäre aber auch ein Linksaußen ähm hat in der zweiten Mannschaft wohl wenn er fit war immer von Beginn an gespielt ähm wo wir ja natürlich alle auch irgendwie großer Fan sind warum auch immer ist Leopold Wurm äh glaube ich sogar im Nationalkader oder im engeren Kreis ähm ähm und was natürlich auch mal spannend wäre sollte Weidinger der ist ja auch nicht immer der der ohne Wadenprobleme auskommt soweit ich mich erinnere dass er auch manchmal so seine Problemchen hatte äh Justin Bartel aus der zweiten Mannschaft spielt seit ähm der Verletzung von Gebhardt eigentlich nicht mehr in der zweiten ähm ich glaube bloß in den Freundschaftsspielen aber sonst sind wir bei uns dabei wäre natürlich auch äh mal interessant zu sehen wie der sich machen würde sollte sich doch Weidinger verletzen obwohl das natürlich eine wilde These ist ob nicht Chuck äh reinkommt ähm aber ich keine Ahnung äh ich will ja diese jungen wilden Thesen streuen einerseits ist das natürlich äh bitte wenn ein paar verletzt sind und die Kaderplanung nicht so ganz aufgeht andererseits ist das natürlich eine super Situation jetzt für die für die Jungs die sich wirklich beweisen können ähm bei Yannick Graf der hat ja in der Hinrunde relativ viele Einsatzzeiten gehabt von denen jetzt genannten ähm vielleicht gibt es da auch eine Leistungsdelle im Training das gibt es einfach bei jungen Leuten die die halt einfach äh zwei drei Wochen abtauchen wieder äh äh Kevin Unuigwe gibt es ja auch noch der ist jetzt glaube ich komplett erstmal bei der zweiten wieder weil den habe ich ganz vergessen äh weil der glaube ich einfach verletzt war und dann leistungsmäßig erstmal eine Delle hatte also man will die Jungen eben ah nicht verheizen das ist ist natürlich eh das Motiv andererseits ja von den genannten Christian Schmidt war jetzt auch auf der Bank wieder der war jetzt im Herbst nicht so viel dabei also der ist halt jetzt auch irgendwie gerade Auffüller ähm hat auch ein paar Minuten gekriegt glaube ich jetzt äh zu Beginn der Rückrunde insofern glaube ich ist auch das okay für ihn äh Max Meier der ist halt noch sehr jung auch der und der Leopold Wurm die sind halt einfach glaube ich noch in der Übergangsphase dass sie glaube ich momentan lieber in der U21 trainieren und spielen ich glaube auch dass sie zuletzt gespielt hätten insofern für die die will man glaube ich noch nicht so zu den Profis hochziehen vielleicht erst kommendes übernächstes Jahr also ich sehe da jetzt eigentlich fast bei jedem eher positive Ersatz außer bei Onovic wer der jetzt gar nicht Einsatzminuten hatte aber alle anderen hatten irgendwo die Perspektive und auch die Minuten schon Justin Bartel kann ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen weil ich den kaum gesehen habe aber auch der ist ja ein Beispiel dafür dass die Jungs aus der Janischmini durchaus mittrainieren also dass der Joe Enochster schaut dass die auch ja Minuten mit den Profis kriegen also zumindest im Training also von ganz anderem Niveau und ich glaube dass es auch den einen oder anderen gibt von dem wir gar nicht wissen der jetzt schon mittrainiert und also ich glaube die gestalten das so durchlässig wie möglich also wir haben im Presseraum ein bisschen diskutiert auch mit Max Eichinger dass der Janik Graf vielleicht eher auf Richtung Filzing schielt wegen Einsatzzeiten und solche Geschichten weil er eben auch seine Chance nicht genutzt hat und ist wohl die Aussage ein bisschen gefallen ja es gibt halt nichts besonderes an seinem Spielstil und das ist immer ein bisschen schwierig dann für junge Spieler sich einen Namen zu machen wenn du quasi überall nur solide bist das glaube ich haben viele Profis das Problem und kommen dann über Umwege wieder in den Profibereich blödes Beispiel fäll ich jetzt nur Miroslav Klose oder sowas ein aber es gibt ja oder so keine Ahnung sogar Grüttner würde ich jetzt mal in diese Schublade stecken der war wahrscheinlich auch nie irgendwie auffällig und musste dann einen langen Weg gehen um dann mit 28 wieder erfolgreichen Fußball höher Klassik zu spielen genau also Graf würde ich jetzt persönlich aber nur das was ich gehört habe ich schaue ja auch keine zweite Mannschaftsspiele an er ist glaube ich gerade eher der Verlierer in der Geschichte und Gewinner ist natürlich Jonas Bauer das ist ja Wahnsinn also ich war schon in dem Vorbereitungsspiel gegen Augsburg sehr begeistert von ihm super krasse Leistung gemacht wenn er eingewechselt wird überzeugt er mich eigentlich auch immer und jetzt ist Startaufgebüte vielleicht überhalte ich jetzt ein bisschen du hast recht also defensiv gut offensiv habe ich jetzt leider auch keine großen Akzente von ihm gesehen da ist natürlich über die Faber-Cota-Seite die ist ja die offensivste Seite die du haben kannst viel viel mehr passiert aber du musst dich natürlich auch erstmal akklimatisieren bevor du dich traust ständig über die Mittellinie zu gehen weil jemand wie der Faber weiß halt mittlerweile er kann den schon wieder einholen Sprintermäßig als Bauer würde ich es mich jetzt auch nicht trauen so weit weg von meinem Gegenspieler zu gehen und dann der Schuldige fürs 1 zu 0 zu sein das kommt glaube ich mit der Zeit aber die Anlagen von ihm sind sehr gut und passen auch zu unserer Spielphilosophie ansonsten nur so vom Namen her würde ich mir halt mal Leopold Wurm wünschen ich habe gedacht ja sieht offensichtlich für ihn auch nicht gut aus wenn er nicht mal auf der Bank hockt obwohl sich Ziegele verletzt aber das war ja nur eine Wadenverhärtung die kann ja auch recht kurzfristig eingetreten sein und dann war er schon bei der zweiten unterwegs da habe ich jetzt nicht nachgefragt und wahrscheinlich brauchst du gar keine zwei Innenverteidiger auf der Bank beim Spiel gegen Aue weil der Bittroff war ja auch dabei und Ziegele kannst du ja notfalls auch auf die Außen einsetzen deswegen weiß ich gar nicht ob der Joe ihn überhaupt mitgenommen hätte weil du dir eine taktische Option wegnimmst wenn du zwei gelernte Innenverteidiger dahin stellst dann nehme ich lieber irgendeinen flexlieber Spieler auf die Bank als den reinen Innenverteidiger der vielleicht auch noch viel zu jung ist ja ich denke mal beim Wurmwitz auch wird es schon irgendwo auch so einen Ausbildungsplan geben also der vor sieht jetzt dieses Jahr eher U21 auch wenn er zu Anfang an wirklich die Testspiele zu Saisonbeginn mitgemacht hat mit den Profis aber da glaube ich eben dass es so ein Zwischenstep geplant ist die anderen ja die sind schon so glaube ich dass sie sich bewähren sollten nach der Saison schon endet wieder dieser Profivertrag bin mir nicht ganz sicher jetzt ist ja schon bei den Profis dabei aber der identifiziert sich mit dem Verein sehr stark ich denke dass auch Mentalitäts sehr gut zum Team passt Janik also ich will ihn jetzt nicht wegreden also Janik falls du zuhörst reiß dich zusammen und bleib bei uns und starte hier durch aber nur das was ich halt auf dem Flurfunk gehört hab sorry ja also und die Informationen kamen auch nicht aus dem internen jahrenkreis also das ist eher der externe jahrenkreis wilde gerichte dafür muss der podcast auch nochmal da sein wir können ja nicht immer nur komplett seriös sein kustische regensburger bildzeitung genau genau sport sportbild dann fällt mir noch ein genau dann könnte man ja eigentlich mal schauen wie wir quasi die Aufstellung machen würden jetzt wo Geible und Feed fehlen ich würde jetzt mal behaupten Schoenos macht keine großen Experimente sondern ersetzt einfach bloß die beiden Positionen mit jeweiligen Spielern obwohl ich mir persönlich eine Doppelspitze aus Waldi und Ganaus oder Waldi und Hut wünschen würde aber wahrscheinlich eher Waldi und Ganaus weil sie zwei komplett unterschiedliche Spielertypen sind und Hut und Waldi sind so ein bisschen ähnlich gestrickt und mir hat es sehr sehr gut gefallen wie weil die gegen Aue reingekommen ist weil der war genau dieser ja dieser vorne Stoß Anspielstürmer der hat zweimal perfekt den Ball mit der Brust abgelegt so wie wir uns das manchmal wünschen wenn sonst nichts anderes geht vor Dreschen den Baum anspielen der legt zurück so wie es Grüttner früher immer gemacht hat und dann entsteht eine Chance ich würde behaupten vielleicht sogar wenn er 10 Minuten früher eingewechselt worden wäre hätte es vielleicht noch mehr Chancen auf diesen Lucky Punch gegeben er hat ja dann auch das Abseits Tor geschossen das aus meiner Sicht immer noch kein Abseits war es gibt weder Fernsehbilder noch Zeitzeugen also kann ich das jetzt einfach so behaupten dass das auf keinen Fall Abseits war genau also du kannst jetzt vielleicht nochmal sagen wer die Spieler sein könnten die man da jetzt reinschmeißt ja zunächst noch mal zu Doppelspitze oder nicht also ich fände Doppelspitze auch sehr charmant gegen Mannheim wo du vielleicht mal ein bisschen offensiver spielen kannst auch mit zwei Stürmern Ganaus ist natürlich immer noch irgendwo der gesetzte Startstürmer einfach als unserer Top-Torschütze und er macht ja auch immer irgendwo Betrieb beschäftigt schon die Gegenspieler aber auch Hut und und Walty die finde ich beide sehe ich genauso wie die sie gegen Aue sich reingehauen haben ich habe ja auch die Statistik gelesen Hut und Ganaus sind mit die Top-Ten in der Dritten Liga als Einwechsel-Torschützen also die haben glaube ich zusammen sieben Tore geschossen als Einwechsel-Spieler also die kann man dann auch bringen von der Bank also vielleicht sollte man es mal mit der Doppelspitze probieren wenn nicht sehe ich auf der Zehn als Feed-Ersatz natürlich Niklas Ansbach der das jetzt in der Rückrunde auch öfters schon gespielt hat als der Feed nicht dabei war in Duisburg zum Beispiel also das wäre dann die Möglichkeit den 1 zu 1 zu ersetzen ja auf den Außen muss man halt mal schauen ich denke Kota ist weiterhin der gesetzte Flügel-Spieler bei uns ob es dann der Jonas Bauer wieder macht hängt auch ein bisschen vom Spielplan ab gegen Aue und wie fit Schuldenfeld er doch schon ist ja von ihm relativ wenig stimmt schon also werden wir dann mal sehen allerdings könnte ich mir auch vorstellen dass der Bauer nochmal macht sogar warum nicht gegen Gegner wo er nicht so defensiv gebunden ist andererseits wechselst du ja lieber den vermeintlich Verletzten als Startelf ein damit du ihn runternehmen kannst wann du willst weil du willst ja nicht quasi Bauer starten lassen und dann Schönenfelder einwechseln weil du nicht weißt wie lange er durchhält dann musst du vielleicht nochmal einen Wechsel auswählen vielleicht ist dann die Überlegung wir nehmen Schönenfelder und wechseln Bauer ein vielleicht wenn Schönenfelder schon so weit ist ich nachdem er jetzt doch relativ lang gefehlt hat das ist ja auch immer so eine Fitness Sache ob man dann ich glaube dass wir ihn eher nicht sehen werden aber das ist jetzt nur ins Blaue geraten für Andi Geipel sehe ich dann eigentlich Tobi Eisenhut als 1 zu 1 Ersatz weil sonst war es immer so dass wir sind da nicht sehr dick besetzt auf dieser Position es gäbe halt noch hätte ihn die Möglichkeit gegeben Christian Vieth zurückzuziehen das hat er auch öfter schon gespielt in der Laufe der Saison dass wenn ein Offensiver eingewechselt wurde dann Vieth zurückgegangen ist jetzt ist er auch gesperrt jetzt gibt es eben noch den Eisenhut der das sehr gut machen kann auch im Zug gerade auf seine Standards die immer super sind Christian Schmidt wäre halt noch eine Möglichkeit aber ich glaube kaum dass der jetzt von Beginn an spielen wird außer Schauordnungs überrascht uns alle aber der könnte auch noch auf der Position spielen ansonsten wird es Wurde halt bisher auch relativ selten eingewechselt einmal glaube ich in diesem Jahr wenn mich nicht alles täuscht oder es gibt natürlich nicht ganz kühne Variante dass wir eine Dreierkette spielen wie in der zweiten Halbzeit gegen St.Hausen und dann kannst du vielleicht einen Spieler von der 6 wegstellen spielst du mit einer 6 und da muss man mit Siegelig wieder fit sein spielst dann mit quasi zwei Stürmern und einem Zehner oder zwei Mittelfeldspielern auf 18 und einem Sturmspitze und das wäre auch eine Möglichkeit aber ich gehe mal davon aus jetzt machen wir die voll die wilde Ausstellung oder also Zigele Bräunig Ballas als Dreierkette Salah Bulic als als Sechser na bitte nicht dann Faber und Cota auf die Außen und vorne Garnhaus wie viele Spieler habe ich jetzt aufgestellt ich glaube einer könnte es noch bringen einen könnte es noch bringen ja das sehen wir dann schon aber nee Bene Salah hat natürlich zu Beginn seiner Karriere auch viel auf der defensiven Mittelfeldposition gespielt aber der ist mittlerweile schon auch nur unser Außenspieler und der macht sie auf links trotz allem immer noch ganz gut dafür dass umgeschult wurde eigentlich in Anführungszeichen Brian Hain wäre halt noch da den könnte man auch also als Schienenspieler nehmen gerade in so einem Dreierkette hinten dann mit zwei Außen die die so ein bisschen weiter vorne spielen können wäre der eigentlich prädestiniert für so eine Position also mal sehen wir haben da mittlerweile so auch eine kleine Variabilität drin aber bei drei Außen spielst du dann nur mit einem Sechser oder? also dann nur mit Bulic in der Mitte genau also drei Abwehrkette und zwei Schienenspieler bei einer fünf hinten und dann würde man glaube ich mit aber krass defensiv gegen einen vermeintlichen Abstiegskandidaten oder du könntest dich natürlich damit erstmal beschäftigen weil meine Theorie ist ja so also je länger du da die Null hältst desto nervöser werden die und desto mehr Platz hast du dann irgendwann mal um deine Konter zu fahren weil die können nicht auf oder entschieden gegen uns spielen das geht eigentlich nicht ich weiß nicht wie Mannheim spielt aber die haben natürlich auch einen Terrence Boyd jetzt den muss man auch erstmal einfangen ja genau da sollte man eben nicht auf Konter offen bleiben ja wobei der eher so dieser Rambo vorne drin ist also der der jetzt nicht die Überschnelligkeit kommt wobei der auch sehr schnell ist aber ne die Mannheimer schwer einzuschätzen vielleicht kommen wir dann später nochmal dazu ja wir nähern uns zumindest dieser Geschichte aber okay also dann sagst du abschließend wie wir spielen einfach mal ja ich glaube schon dass wir in dieser klassischen Variante bleiben werden 4-2-3-1 glaube mit mit Ganaus vorne drin mit Kota auf den Außen 10er Position mit Ansbach und dann über links ja glaube ich vielleicht sogar dass wir wieder den Jonas Bauer sehen werden dann dahinter Eisenhut und Pulitz und dann die 4er Abwegkette die wir auch schon gegen Aue gesehen haben beziehungsweise eigentlich auch gegen Seinhausen und dann auch wieder den Alex Weidinger das ist meine Startelf okay trotzdem kurze Frage was hältst du von der Theorie dass Salah und Faber wieder auf einer Seite spielen sollen also Salah quasi rechter Verteidiger Faber vorne ja es ist ja nicht mal eine Theorie oder die Forderung muss halt dann nur den Brian Hain vertrauen links hin oder vielleicht sogar Jonas Bauer wenn man jetzt sehr zufrieden mit seiner Defensivleistung war ja es werden schon Gedankenspiele die man machen kann aber ich glaube nicht dass er jetzt in der 4er Abwegkette spielen würde Jonas Bauer weil der müsste es erstmal echt irgendein Testspiel machen weil in so einer wichtigen Ligaphase will ich den jetzt nicht unbedingt reinwerfen wollen in seinen zweiten Profiseinsatz von Beginn weg also wenn dann wäre dann schon Brian Hain glaube ich der der den Salah vertritt links hinten da muss halt das zum Gegner passen also wenn es jetzt ein Gegner ist der vielleicht nicht so viel Druck auf den Brian Hain ausübt wo finde ich Salah besser ist allerdings ja meines Erachtens hat Salah nicht geglänzt gegen Sandhausen er hat auch nicht geglänzt gegen Aue vielleicht gibt es dann auch mal eine Denkpause und dann wäre es eine Möglichkeit dass man den auf rechts stellt Conny Farber vorzieht und den Code da eben über links die Denkpause für Salah ist du darfst nicht mehr auf der linken Seite spielen meinst du genau ja will ihn jetzt nicht schlechtreden aber er hat jetzt sicher nicht seine besten zwei Leistungen angebracht die letzten beiden Spiele und auf rechts ist er vielleicht auch noch mal sicher weil da hat er halt sechs, sieben Jahre gespielt jetzt bei uns immer so ein bisschen der klassische Salah-Durchhänger und dann ist er wieder Champions-League-Niveau nach drei, vier solchen Spielen schauen wir mal hoffentlich ist es dann schon die nächsten Spiele weil ich möchte was von der Fabs aus Discord zitieren das fasst eigentlich glaube ich ganz gut zusammen die Ausblicke der nächsten zwei, drei Spiele für mich können die nächsten drei Spiele vorenscheidend sein Dresden und Ulm spielen jeweils gegen 60 die Mannschaft der Stunde und dann spielt Dresden gegen Ulm wir spielen gegen Mannschaften die eher unten drin stehen oder gerade nicht gut drauf sind Ingolstadt sollten wir es schaffen in den Spielen eine kleine Serie zu starten und sieben Punkte aus diesen Spielen holen könnten wir Ulm und Dresden unter Druck setzen dann könnten wir entweder Ulm auf acht Punkte distanzieren oder Ulm setzt Dresden nochmal unter Druck sodass für die aus dem Rennen um Platz 1 1 bis 3 eher ein Rennen um Platz 2 oder 3 wird sollten wir jetzt aber nochmal verlieren wird es nochmal richtig eng zumindest was eine eventuelle Delegation angeht also ich finde das fasst die Situation perfekt zusammen die Konkurrenz spielt oft gegeneinander wir haben vermeintlich leichte Gegner vor der Brust wo wir vielleicht sogar sechs bis neun Punkte holen können und dann ist der Osterhase vielleicht doch schon der Nikolaus ja natürlich kann man da voll mitgehen ich habe mir so persönlich gedacht als ich jetzt so in der Winterpause überlegt habe wie wir die Rückrunde machen werden also gegen Ingolstadt das Spiel das ist so für mich so die Wegmarke auch gewesen warum auch immer ich weiß es nicht genau weil da ist so grob die Hälfte der Rückrunde vorbei und wenn man da noch gut vorne im Rennen steht kann es echt was werden mit dieser Saison jetzt stehen wir fast davor und es schaut ja noch gar nicht so schlecht aus jetzt kommt es halt auch wirklich auf die nächsten zwei Spiele nochmal drauf an und dann kommt es natürlich auch drauf an was die Konkurrenz macht also ich denke mir halt immer die es sind noch so viele Teams dabei auch im Rennen um Platz drei weil Dortmund ja auch Entschuldigung nicht um Platz vier eigentlich so gesehen aber die Distanz zu drei ist jetzt nicht so weit also da wäre schon noch alles drin für die manche Teams also bis einschließlich acht neun ist eigentlich noch viel drin wir haben noch elf Spieltage da geht noch einiges wenn man eine kleine Serie startet und meine Hoffnung ist ja dass sich da viele viele Teams noch die Punkte nehmen werden es ist halt die Frage wenn Ulm weiterhin so stark spielt wie sie leider spielen dann ist es psychologisch schwierig da mitzuhalten wir spielen auch noch gegen Gresden und Ulm also man kann mit dem Fabs voll mitgehen also absolut richtig allerdings finde ich ist legitim dass wir jetzt da auf die anderen Teams schauen aber das der Jan muss jetzt einfach gegen Mannheim möglichst gewinnen sagen wir es einfach wie es ist wir müssen eigentlich gegen Mannheim gewinnen gegen so ein Team das da unten total verunsichert drin steht es ist ein mega schweres Spiel auswärts gegen gut gefüllt oder gute Fanbase eigentlich von Mannheim also die machen schon ordentlich Radau und die sind halt auch und feiern sicherlich gegen uns aber das ist schon mal das wichtigste von allen das Spiel also alle anderen Spiele sind erstmal unwichtig gegen Mannheim musst du eigentlich gewinnen und dann schaut schon mal die Welt schon mal viel besser aus Dresden wird halt ein bisschen nervös man muss ja nur Markus anfangen nach jedem Spiel zu hören was der so sagt also da brennt richtig die Hütte weil welchen Fußball die spielen die haben halt eigentlich eigentlich nichts da verloren sondern die müssten eigentlich zehn Punkte vor uns führen so wie die die haben ja auch ein bisschen mehr finanziellen Druck weil die haben ja auch wieder ja bis auf Kante genäht in den Kader gesteckt und auch mit dem Stadion mit diesem Umfeld da müsstest du müsstest du eigentlich in der zweiten Liga spielen also da ist der Druck natürlich auch nochmal ein ganz anderer also hoffe ich auch dass die sich weiterhin schwer tun und Ulm ja muss man halt mal sehen jetzt wie sie gegen 60 spielen ja ob 60 da noch eingreifen kann wie hat er das gerade heute geschrieben da kann Schulz-Swartz uns doch noch zum Aufstieg schießen ja wenn er denn mal spielen würde ich glaube ja nicht dass der noch viel spielt die Saison weil er komplett den Training-Rückstand hat aber ja wegen Weihnachtsgranz witzige Pointe wäre es also auf den Punkt gebracht 60 die jetzt vollkommen verändert auftreten durch den Trainerwechsel sie irgendwie stabilisiert haben ja aber gegen die müssen wir halt auch noch spielen also das ist alles so dahingesagt und wir müssen einfach schon schauen aber hoffentlich spielen wir da schon wenn der Punkt das Punktepolster wieder angenehm ist genau also wir müssen es erstmal schaffen jetzt wieder ein paar Spiele einfach auch zu gewinnen weil das uns dann von absetzt und das da würde ich einfach sagen jetzt schauen wir einfach mal wenn du dann 15 Punkte auf Platz 4 hast oder so dann kannst du ja auch mal verlieren die nächsten Spiele da sind schon halt ein paar dabei wo Abstiegskandidaten sind wo du eigentlich als wenn du jetzt wirklich das Ernste mit dem Aufstieg musst du eigentlich da gewinnen sagen wir einfach wie es ist und den Druck haben wir und dann ja dem sollten wir uns auch aussetzen also das müssen wir ja schon annehmen sind auch zwei Crowns glaube ich die noch nicht jeder in seiner App hat zum Abhaken Mannheim fährt ja auch sogar endlich mal wieder Bus von von meinem Fanclub also von Jan Underground ich bin auch dabei ich bin sehr gehypt hab im Internet gelesen 570 Tickets sind verkauft hab mal Hannes heute nochmal gefragt der hat gemeint eigentlich der Pascal rechnet mit 500 fände ich ist natürlich super gut für für einen Auswärts Mob gehen Mannheim ein bisschen enttäuschen trotzdem ich hatte eben mit 700 gehofft und vielleicht wird es ja auch noch also mal schauen vielleicht kaufen wir noch welche bei der Tageskarte äh Tageskasse die es nicht gibt übrigens sondern es wird irgendwo ein am Auswärtsblock wohl ein QR-Code hängen und dann zahlt man es über Paypal und dann kommt man rein also ähm ladet euer Handy auf wenn ihr noch keine Karte habt so kann man es auch machen um sich Ticketpersonal zu sparen ja aber wir verlangen dann dafür ein oder zwei Euro für die Rentner in der in der Ticketbox das das findet sich schon auch ähm weiß gar nicht wie es mit der Auswärtskasse ist da sind wir ja relativ selten da mir vorgeworfen wurde dass ich mich sehr schlecht immer auf die kommenden Gegner vorbereite habe ich mir mal die letzten drei Ulm-Spiele die Zusammenfassung angeschaut äh nicht Ulm-Mannheim ja da sind wir wieder beim fischischen Versprecher und ähm genau das das vorverletzte Spiel haben sie eben gegen Ulm gespielt und ich finde es ja auch so ein ähnlicher Gradmesser weil die ja also das sind Gradmesser für uns weil die ja direkte Konkurrenz sind und gerade im Flow sind und ich finde da haben sie gar nicht mal so schlecht gespielt gegen Ulm ähm da stand es 1-1 ähm und das 2-1 wurde durch so einen unfassbar krassen Torwartfehler von ich kann ihn nicht aussprechen Havriluk ähm auf äh eingeleitet wo man dann auch wieder sieht Weidinger ist nicht alleine ähm also der hat den Rückpass bekommen äh wollte ihn auf der Linie nach rechts einfach an dem Gegenspieler vorbeilegen ohne jegliche Körpertäuschung das funktioniert halt nie und der hat ihn dann einfach nur ins Tor gedroschen und ähm danach haben sie sich eigentlich nicht großartig aufgegeben aber haben es halt dann nicht mehr geschafft das Ding zu drehen und ich glaube da haben sie dann so ein bisschen eben äh ja die Scheiß-Serie eingereitet weil ich fand gegen so Brücken waren sie auch nicht schlecht die haben zwei äh äh also eine Halbfeldflanke und einen Standard nicht vernünftig per Kopf verteidigt wäre vielleicht auch für uns äh eine Idee Ganaus ist zwar groß aber Köpft scheiße vielleicht doch Waldi oder auch Hut beginnen zu lassen ähm wenn du auf Standard setzt ähm aber die haben sich danach auch nicht aufgegeben nach dem 0 zu 2 haben weiter gekämpft das wird uns wahrscheinlich auch erwarten sollten wir früh in Führung gehen dürfen wir uns echt nicht ausruhen ähm und gegen Freiburg 2 war es brutal bitter da waren sie eigentlich durchgehend die bessere Mannschaft kassieren aber ähm ähm eine sehr sehenswerte Freistoßvariante äh die wir hoffentlich äh ähnlich machen oder kopieren wir machen ja auch immer sehr abenteuerliche Varianten also ich sah da nicht in jedem Spiel einen krassen Absteiger also das ist das was die dritte Liga wahrscheinlich auch eben ausmacht aber ähm zweimal unglücklich verloren gegen Saarbrücken ja haben sie sich halt vielleicht durch Naivität äh die Niederlage zuzuschreiben aber ich glaube wir müssen da unbedingt wie es so blöd wie es klingt 105% geben und diese Fehler erzwingen die werden verunsichert sein du musst die du musst sie hoch anlaufen du musst eben vielleicht auch den Tor anlaufen aber ich will nicht sagen ich will nicht sagen dass der Sau schlecht ist oder oder unsicher weil der hat auch ähm das 1 zu 1 gegen Ulm eingeleitet mit einem super krassen ähm eröffneten Flanke also der kann auch was aber in der Situation ich bin gespannt wie wir es angehen ich habe heute mal das geschrieben also ich würde mir wünschen ähm so lange wie möglich kompakt zu stehen ähm weil je länger das Spieldauer glaube ich ist der Spielverlauf äh trägt er zu uns bei weil die nämlich auch wissen wir können nicht äh also uns langt ein Unentschieden nicht ja du hast es glaube ich schon ziemlich gut beschrieben ich glaube du gewinnst das Spiel über den Kopf ähm indem du die durchaus arbeiten lässt ähm weil die die also guter Sendungstitel ich muss mir aufschreiben sagen wir es mal so also die brauchen den Sieg noch wichtiger als wir also weil bei denen schaut es wirklich ganz schlecht aus ähm Halle hat ja auch gewonnen glaube ich zuletzt ähm die müssen jetzt gewinnen und ja bei aller bei allem Respekt also ich glaube dass die Defensive die durchaus verwundbar ist von denen äh auch gerade durch Standards ähm du hast es ja auch angesprochen wie sie jetzt die Tore gekriegt haben also das muss man schon muss man schon ausnutzen und das ähm werden wir denke ich auch analysiert haben auch den Torwart vielleicht mit seinem Spiel also da müssen wir einfach schauen dass wir ein, zwei Buden machen sag ich jetzt mal und äh davor und danach sicher stehen weil äh Boyd ist natürlich ein großer Name auch ähm Kobilanski ist so ein Standardspezialist also wenn man dagegen gegen vielleicht äh besser keine Zweikämpfe vor dem Sechzehner führen weil die haben natürlich schon Qualität allerdings glaube ich auch dass das Gefüge nicht so groß ist ähm unbedingt nachdem da auch ein paar Leute nachverpflichtet wurden der Trainer ist ja nachverpflichtet worden der Marcel äh Marco Antwerpen äh der auch relativ cholerisch ist also man kennt ihn ja aus äh der dritten Liga und ich glaube eben da da müssen wir einfach schauen dass wir da den Schlüssel finden dass wir vielleicht ein Tor machen in der ersten Halbzeit und dann noch versuchen einfach aufs Zweite zu gehen und dann schauen dass wir vielleicht 2-0 schaffen bevor ich dich frage äh wie viele Punkte du aus den nächsten drei Spielen erwartest oder schätzt möchte ich noch ähm Fußball allgemeines Thema äh kurz abhandeln ähm wie hast du die Meinung äh also wie hast du den geplatzten Investoren die gesehen oder wie siehst du den boah ganz äh ganz zerkrat jetzt äh ich bin äh muss ich sagen gar nicht so tief drin in der Thematik äh ich freue mich natürlich total dass der geplatzt ist weil alles was man so gehört hat wie dieser Deal sich entwickelt hätte wäre ungut gewesen und das ist natürlich auch ein brutaler Erfolg für die Fanszenen dass sie da so mit beteiligt waren ähm wie es jetzt weitergeht äh da bin ich wirklich sagt in den Details überhaupt nicht drin ob das jetzt was kommt besser sein kann oder ob das genauso weiterhin gewürgt sein wird ähm ja schlicht und ergreifend kann man das einfach an den Punkt bringen dass einfach ein undemokratisches Verfahren zum Glück gescheitert ist ja und dafür würde ich es erstmal beibehalten ja also ich würde auch sagen ich ich habe ähm Instagram sehr viele Likes für einen Kommentar bekommen wo ich gesagt habe hey genau diese Fanbase ist doch unser Vermarktungspotenzial liebe DFL natürlich ist es unbequem sich ständig mit ähm allen Mitgliedsvereinen abzustimmen und dann äh in den einzelnen Mitgliedsvereinen das ist auf der europäischen Unionsebene ja auch nicht anders ja also es ist langsamer aber es ist eben äh demokratischer es ist breiter getragen und ähm sorgt auch für mit die beste Stimmung in ganz Europa in den Stadien ich klammer jetzt einmal diese Highlight-Spiele von äh ein paar türkischen Vereinen oder griechischen Vereinen aus auch Rapid Wien wird wahrscheinlich eine bessere Stimmung haben als das durchschnittliche Bundesligaspiel aber durchschnittlich erste, zweite, dritte Bundesliga ähm oder sogar schau dir direkt Rallingen an Alemannia Aachen äh das ist einfach ein Fund das ist unser Verkaufsargument wir haben es ein bisschen schwerer weil unsere Sprache nicht Englisch ist sondern Deutsch das ist halt einfach so da kannst du auf internationalen Markt dich auf den Kopf stellen wenn du nicht die Sprache sprichst und was ich aber die Hürde zum Jahn schlagen möchte schon erstaunlich ähm ich würde behaupten dass diese zweite Abstimmung nicht gegeben hätte wenn wir damals Christian Keller nicht äh zum Sportdirektor gemacht hätten weil der war da ein sehr sehr wichtiger Baustein weil offensichtlich hat es jeder beim ersten bei der ersten Abstimmung verbockt Einspruch einzulegen keiner von diesen was sind es 36 Vereine ist auf die Idee gekommen einfach mal formal Einspruch einzulegen was man eigentlich formal juristisch immer macht ja weil ähm sonst hat man einfach keine Chance irgendwie noch was rein in den Fuß da rein zu bekommen aber Christian Keller soweit ich das mitbekommen hat beziehungsweise der 1. FC Köln nicht persönlich er ähm aber kann man sich ja denken wer dahinter steckt ähm hat äh eben den Antrag eingereicht eben nochmal das abzustimmen die zweite Abstimmung und ähm wenn der dann nicht so auf Zack gewesen wäre weiß ich nicht ob dann überhaupt diese Abstimmung gegangen wäre weil irgendwer muss es ja immer einreichen und irgendwer muss es auch so einreichen dass es formal juristisch korrekt ist und das kann er halt einfach wie kein Zweiter deswegen bin ich auch froh dass er gerade ich glaube im DFB-Präsidium hockt wenn mich nicht alles täuscht oder DFL was DFL aber der lange Arm aus Regensburg ja auf jeden Fall auf jeden Fall habe ich heute auf Reddit gefordert der soll doch den blöden Aki Watzke ab äh 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 ne der muss erstmal den FC Köln vom Abstieg bewahren ja das ist mir egal gesamtfußballerisch ist es mir wichtiger als was er in Köln macht aber dass er da vernünftige Ansichten hat das wussten wir jetzt eigentlich auch schon also er hat sich auch schon immer sehr bemüht auch alle Leute ins Boot zu holen bei so Entscheidungen und aber auch schon sehr sehr Prinzipien zu bewahren und wenn mehr so wären dann glaube ich hätten wir weniger Probleme im Fußballdeutschland aber ja gut dann jetzt zum Abschluss wie viele Punkte aus den nächsten drei Spielen ich hoffe und erwarte eigentlich auch sechs Punkte aus den drei Spielen ähm ich glaube nicht dass du äh also man könnte jetzt auch sieben oder so sagen oder vier aber ich wünsche mir schon dass wir zwei gewinnen äh egal gegen wen ne also gegen Mannheim und Ingolstadt müssen wir schon gewinnen da kannst du eigentlich auch gegen Lübeck gewinnen ja dann kannst du auch gegen Lübeck gewinnen äh ja Ingolstadt ist natürlich auch ein bisschen emotionalere Geschichte ähm will aber nicht näher drauf eingehen ähm und die anderen beiden Teams gegen die wir in den nächsten drei Spielen spielen sind halt einfach Abstiegskandidaten das muss man so sagen und da muss man schon äh zwei Siege anpeilen aus den drei Spielen irgendwie irgendwo wenn nicht sogar mehr aber äh ich ähm kenne diese dritte Liga und dieses Team auch also wir sind jetzt die Spitzenmannschaft die alle wegräumt die gibt es in dieser Liga nicht und äh Dresden schafft es ja auch nicht insofern erhoffe ich mir wirklich äh und und schauen wir mal dann ja ja also sechs ja sechs okay dann sage ich sieben ja schön sind wir ja nicht so weit auseinander ich hätte jetzt mehr schockiert wenn du gesagt hättest drei oder so oder null ne also ich hoffe natürlich auch dass wir uns jetzt wieder gefangen haben ich hab gegen Aue eben die Ansätze gesehen die uns zum Erfolg die letzten Spiele geführt haben und jetzt stoßen wir einfach den Glücksbock nochmal um und steigen meinetwegen auch mit lauter dreckigen Siegen einfach auf ja von mir aus ist es so wie gegen Duisburg also das ist das war so ein Gezittere eigentlich du hast ein Tor gemacht dann verteidigst du das auf Biegen und Brechen die hauen jede scheiß Flanke in den 16er rein dass gerade einer hinkommt und äh ja hängen und würgen einfach drei Punkte mein Gott ja wir haben heute keine Sekunde über Duisburgspiel geredet du weißt warum weil einfach ja weil es war einfach nur gewonnen mehr nicht ja genau es war nur gewonnen und spektakulär ich hab zum Joe eben in der Live-Sendung gesagt das ist eigentlich die Blaupause für jedes Spiel wie wir sie eigentlich äh angehen und dann haben wir sind wir abgewichen von dieser Blaupause und haben zweimal auf den Sack bekommen also und gegen Aue hab ich die Blaupause wieder gesehen bloß da standen wir uns oft genug selbst im Weg den Bus vom Vorparken Joe Enox Mourinho genau und dann vorne ein reinmurmeln fertig so einfach kann Fußball sein Tschö Servus zum Abschluss noch vielen vielen Dank einige Spenden sind schon eingegangen durch die Sonderfolge von mit Joe Enox und natürlich weil ihr heiß auf die Sticker seid die sind gestern rausgegangen ähm ich hoffe ich hab keinen übersehen wenn bis Samstag kein Sticker Paket bei euch angekommen ist dann meldet euch nochmal bei denen die über 5 Euro gespendet haben und ihre Adresse hinterlassen haben ich hab's jetzt auch in dem äh Unterstützungs äh Ding auf der Webseite äh hingeschrieben also wenn ihr im Verwendungszweck egal bei Paypal oder bei Überweisung in dem Betreff eure Adresse eingibt dann schicke ich euch knapp 10 Sticker zu so viel passt in den Brief ohne dass er zu schwer wird und äh dann schauen wir mal ob die gute Qualität haben ich hab auch in dem Brief dazu geschrieben ähm ihr könnt mir gerne Feedback geben über die Qualität ich kenn mich mit Sticker drucken noch nicht so aus und äh mal schauen ob man dann den Anbieter für die nächste Charge wechseln muss oder nicht aber wie gesagt ich glaub zwölf Pakete oder zwölf Briefe hab ich gestern rausgeschickt die Steady Abonnenten hab ich die Adresse doch nicht gehabt hab alle eine E-Mail geschickt hab schon viel Rückmeldungen bekommen ähm also für alle die Steady Abonnenten sind die bekommen natürlich auch äh Sticker zugeschickt aber da brauch ich die Adresse bitte mir zuschicken ihr müsstet eine Mail bekommen haben und alle die neu dazukommen wollen alle Infos auf der Homepage 1889fm.de slash unterstützen oder halt auf der Homepage auf den Link klicken Tschöbelö ALE! 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 Das war's, das war's, das war's, das war's.